Hallo meine Liebe, Mio Zeit ist. Ich habe heute wieder so viele schöne Kleider für dich und Sommeroutfits. Wir sind ja mitten in den Sommer und ich denke mir, noch so ein schönes Sommerkleidchen oder ein Sommeroutfit geht einfach immer. Und ich habe da jetzt was ganz Schlichtes an. Ein Traum aus Viskose, ein Viskosekleid und auch wieder ein toller Schnitt, dieses abgerundete vorne und hinten. Passt ab Größe 38, 40 bis Größe 46 und hat auch eine tolle Länge, also so Waden lang, nicht ganz lang und auch die kurzen Ärmel sind super. Es hat ein schönes Dekolleté, einen schönen Ausschnitt und habe ich auch in schönen Sommerfarben. Das Kleid kostet 39 Euro in den schönen Gucci-Grün, in Beige, in einen richtig schönen Orange und in Candy, ganz tolles Kleid. Und dann habe ich noch Herren-Shirts. Ich muss aber sagen, sie sind richtig italienisch, also es sind nicht nur die Frauen klein und zart, sondern auch die Männer sind klein geschnitten. Es ist ein schlichtes Shirt, aber hat halt schöne Details da. Diese abgeschnittenen Ränder, das schaut wirklich schön aus Anzug. Es ist relativ schmal geschnitten, aber lang. Das finde ich super. Also es streckt dann auch schön. Und habe ich von den Größen Small, Medium, Large. Also es passt einen Mann bis Medium, sage ich. Large wird eher Medium sein. Und ich messe es dir aber gerne ab. Passt auch sicher dann super für ein Teenager oder eben für einen schmal gebauten Mann, sind die toll. Das schöne sommerliche Beige, dieses Indigo Blau in Hellgrau, klassisch schwarz natürlich. Und dann habe ich noch dieses mit Kuba. Das ist größer geschnitten, das geht bis Large. Aber du kannst gerne die Brust abmessen oder Bauch abmessen. Und ich messe dir das nach, ob das passt. Kostet nur 15 Euro, eben auch für die Männer mal was. Und ich ziehe mich um. Dann habe ich hier noch ein schönes, besonderes Happy Size Kleid. Das passt so von Größe 40 bis bis 46. Da ist auch ein Unterkleid eingearbeitet. Das geht bis da her. Und hat wirklich auch eine schöne, hochwertige, weiche Spitze. Ganz viele schöne, edle Details. Und ja, ich finde es auch wirklich schön. Elegant, romantisch, die Spitze weiblich. Also wirklich ein besonderes, schönes, edles Kleid. Kostet 49 Euro. Und habe ich in diesen drei drei Farben. Das ist so ein Beige-Rosé. Hellgrau. Da nenne ich wieder Ibiza die Farbe. Das finde ich auch Hammer. Dieses Happy Size Kleid. Ich finde, dass diese Knopfleiste in der Mitte einfach noch schmeichelt der Figur ist. Da hast du Zeitentaschen. Ist aus 85% Viskose. Und hat einen super genialen Schnitt. Und passt bis Größe 48 wahrscheinlich. Auch so ab Größe 40 schaut schon toll aus. Wirklich ein schönes, tolles Kleid. Kostet 45 Euro. Gleich in diesem coolen Candy. In Gucci-Grün. Klassisch, edle, beige. Oder schön in hellblau. Ich sage es immer wieder. Ich liebe Leo. Es ist einfach auffällig, schön, nobel. Schaut toll aus. Das ist ein Kleid aus reiner Viskose. Passt bis Größe 42. Ist nicht elastisch, weil es eben aus reiner Viskose ist. Ganz dünn, leicht. Der schmeißt da drüber bis gleich anzug. Tolle Ärmel. Ich finde, das stört überhaupt nicht, dass die länger sind, weil die so leicht und luftig sind. Das Kleid kostet 50 Euro. Ebenso von Größe 38 bis 42. In dem Kämmel. In hellblau. Und in zartrosa. Da habe ich auch noch ein Tunikekleid aus Baumwolle. Ganz hochwertig. Schön mit den Eyecatcher, finde ich, zum Beispiel. Und das ist halt auch sehr, sehr hochwertig und toll geschnitten. Die Schulterpartie, ja da dieser Stehkragen, hinten wie es geschnitten ist, kostet nur 39 Euro. Hat eine super Länge. Geht bis zum Knie. Also es ist nicht zu kurz. Und passt von Größe 38 bis 42. Also ich habe jetzt 85 BC. Und das ist dann schon genug, finde ich, oben. Ja, wunderschön auch geschnitten. Gibt es nur mehr in dieser Farbe. Auch ein mega Kleid. Da würde auch super ein breiter Gürtel dazu passen. Ich finde die Farben, das Muster genial. Passt auch bis Größe 46. Und das Geniale ist, die Schlitze sind ziemlich hoch. Also bis daher. Also auch wieder sehr cooler Schnee. Tolle Farben. Habe ich jetzt nur das eine. Weiß ich den Preis natürlich nicht. Oder hängt der da irgendwo. Nein, sage ich da sofort den Preis. Dieses tolle Tunikakleid. Das ist schon auch ganz neu. Eher so, können auch schon Herbstdüne sein. Dieses Tannengrün, Kemmel, Kaki, Schwarz und Handys ist es nicht. Das geht ein bisschen mehr ins Violette rein. Das kostet 49 Euro. Ich habe letztes Jahr so ein ähnliches gehabt mit Leo-Optik. Das habe ich. Das liebe ich. Eben wie gesagt, die Ärmeln finde ich toll. Und ich stelle mir das auch super vor im Herbst, wenn du das mit Boots anziehst zum Beispiel. Oder so Cowboy-Boots. Schaut sich ja auch total lässig aus. Ich ziehe es im Sommer gern auch mit einer Cabri-Hose an. Weil es doch ein bisschen kurz ist. Aber so. Für es zum Beispiel am Strand, wenn ich es trage, ziehe ich es natürlich so an. Oder du tragst das auch als eine Bluse. Mit einer Hose. Schaut auch toll aus. Passt bis Größe 46. Von Größe 36. Es ist einfach ein lockeres Kleidchen. Eine lockere Tunika. Ich glaube, das war jetzt das letzte Kleid. Und jetzt geht es mit den Outfits. Das ist auch mein Lieblingsoutfit. Oberhammer. Wirklich. Also die Tasche aus echten Leder kostet 49 Euro. Da hast du einen weißen, langen Lederhänkel dabei, wo du die Länge verstehen kannst. Der Gurt kostet 19 Euro, wenn du den extra haben möchtest. In Verbindung kostet es statt 68 Euro 59. Und dann habe ich diese Weste wieder. Ich freue mich riesig. Ich habe zwar leider nur drei Farben. Aber besser als nichts. Dieses schöne Gucci-Grün. Dann in Camel. Und in Royal Blau. Die Weste kostet 47 Euro. Ist ganz weich. Überhaupt nicht bockig. Oder irgendwie hart. Hat einen super tollen Schnitt. Und ich finde die auch genial. Einfach über die Jeans, T-Shirt, die Weste drüber. Bombe. Oder ganz in schwarz zum Beispiel. Und als Eye-Catcher die Weste. Oder natürlich so wie ich es jetzt trage. Wirklich die war der Oberhammer. Ich bin froh, dass ich die jetzt da noch nachbekommen habe. Dann habe ich diese Viskose-Hose. Die ist auch ganz dünn und leicht. Die ist ein bisschen kürzer geschnitten, als die, was ich vorher hatte. So knöchellang. Und passt von Größe 34 bis 38,40. Mehr nicht. Habe ich in diesem schönen Gucci-Grün. In hellgrau. In Ibiza. Und einmal in Koralle. Und dann habe ich wieder mein heiß geliebtes Basic-Shirt dazu kombiniert. Um 21 Euro. Da habe ich auch neu wieder Rot. Und Dunkelblau. Das war aus. Gucci-Grün gibt es leider nicht. Ich hoffe, dass das überhaupt noch kommt. Da zeige ich dir da die riesen Farba-Auswahl. Kostet 21 Euro. Einheitsgröße 38 bis 44. Ein bisschen kürzer. Auch ideal für kleine Frauen mit großen Blusen. Bombe. Ach, das liebe ich einfach auch. Spitze überhaupt. Wenn das eine schöne, tolle... Es gibt ja diese billigen Spitzen. Aber ich liebe das wirklich, wenn das diese hochwertigen, weichen Spitzen sind. Ich weiß das deshalb. Ich habe vor 100 Jahren beim Palmaske gearbeitet. Mit Spitzenunterwäsche. Und da war einfach der Unterschied, ob du eine billige Spitze hast, die dich kratzt. Oder eine hochwertige, weiche Spitze. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Und das ist so ein Hingucker. Einfach nur diese Schulter, dass du ein bisschen siehst. Es ist wirklich schön. Passt bis Größe 44. Auch aus reiner Viskose wieder. Eine schöne Länge. Geht auch über den Hintern. Könntest du auch so reinstecken. Ich finde es da irgendwie zu der Viskose-Hose draußen besser. Die Hose ist wieder von Größe 36 bis maximal 40. Längsstreifen finde ich immer toll. Strecken machen schlanker. Und habe ich in diesen zwei Farben. Und diese schöne Bluse. Warte mal. Die Hose kostet 32 Euro. Und die Bluse kostet 35 Euro. In rosa, in beige, gucci grün, hellblau, kaki und in rein weiß. Und dann habe ich noch für Kleidegrößen auch neue Oberteile. Also die Tropes finde ich genial. Die haben so einen schönen Schnitt. Also ich finde das schaut aus wie ein Seidentrop. Ist aber aus reiner Viskose. Kostet nur 28 Euro. Hat hier auch die Abnäher. Also ganz hochwertig und edel verarbeitet. Passt von Größe 34 bis 38. Da ist es wieder ein bisschen abgerundet unten. Und habe ich in orange und in grün. Candy und Royal Blau. Und ja, toll unter einem Bläser. Jetzt überhaupt im Sommer. Aber du kannst es dann im Herbst auch noch weitertragen. Unter Bläser, Jeansjacke, Lederjacke. Westen. Und dann habe ich noch diese Shirts. Um 15 Euro. Auch für Größe 36, 38. Einfach mit Glitzer. Das ist so ein Lachs. Und einmal in weiß. Mit den Katzen. Und ich ziehe mich wieder um. Royal Blau. Mega. Da muss ich immer an die Karin denken. Die auch mit ihrer Royal Blauen Hose. Mit einem weißen Shirt. Wo Royal Blau drinnen ist. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir. Mega, mega Hingucker. Die Hose habe ich auch entlang. Kostet 30 Euro. Passt von Größe 38 bis 42. Und das Shirt genauso. 38 bis 42. Das Shirt ist wieder aus reiner Viskose. Ganz leicht und luftig. In schwarz. In Kaki. Und in diesem genialen Apfelgrün. Da habe ich ja auch eine Hose. Eine lange Hose. Die habe ich letzte Woche angetan. Bei einem Video. Und jetzt zeige ich dir noch meine kurzen Hosen. Welche Farben ich da habe. So ein mittelblau, hellblau, ein zartes Rosa, dunkelblau, schwarz und in Kaki kosten 30 Euro. Ich habe mich so sehr verliebt. Genau wegen solchen Outfits liebe ich es, eine Frau zu sein. Wir haben so schöne Sachen zum Anziehen. Ein Mann hat leider nie so die Möglichkeit wie wir. Der Rock, Blizzier Rock, ja, liebe ich hier. Hingucker, wunderschön, festlich, elegant, alltagstauglich, ganz egal. Kostet 35 Euro der Rock. Passt von Größe 34 bis 40. Super. Eben auch wieder, wenn du zum Beispiel Hüfte hast und oben schmäler bist. Das bin ich leider nicht. Und habe ich noch in diesen Ausführungen, den ziehe ich dir noch mit meinen hellblauen Basic Shirt an. Das möchte ich dir zeigen. Und ich habe das Top wiederbekommen. Gabriele, für dich habe ich Gucci Grün natürlich schon auf die Seite gelegt. Mein Top habe ich das ganze Jahr. Kostet 12 Euro. Ist schön lang aus Viskose mit Elastan. Auch super dann eben Herbst, Winter als Unterzieh-Shirt. Kann man auch rausschauen lassen, unter dem Bulli. Und kostet nur 12 Euro. In weiß, schwarz, rot, hellgrau, beige, royalblau, Gucci Grün, orange, khaki, candy. Und das ist ähnlich, ja, Spurdünkel. Und da zeige ich dir noch kurz mit diesem lockeren Basic Shirt um 21 Euro in hellblau. Und da hast du den Rock um 35 Euro noch in der Farbe. Auch sehr schön. Da habe ich noch ein Happy Size Shirt. Die Hose habe ich von Größe 38 bis 42 und von 42 bis 46, 48. Und hier habe ich einen Traum aus Leinen. Reines Leinen Shirt. Ja, ideal für den Sommer. Passt auch bis Größe 48 und kostet 42 Euro. Und habe ich in, also das sind ja die aktuellen Modefarben. Genau die drei. Das Gucci Grün, Royal Blau und Candy in Happy Size. Mein letztes Outfit. Da habe ich wieder meine schöne, praktische Händeltasche aus echtem Leder um 49 Euro. Hast du eine Geldförse dabei, Getreisepass, alles mit rein. Und da habe ich noch dieses Happy Size Shirt von Größe 40 bis Größe 46. Kostet nur 25 Euro aus Baumwolle. Und habe ich noch in diesen schönen Pastelldönen. Einmal in diesen zarten Rosa. Und in Türkis. Das war's. Jetzt bin ich ein bisschen außer Puste. War schon viel. Ich fahre am Sonntag weg mit meinen Kindern. Und bringe am Samstag aber schon die Ware zu lieben Sandra. Die ist im 21. Bezieh. Also solltest du dort in der Nähe sein und shoppen möchtest, gebe ich dir gerne ihre Nummer weiter. Sie hat meine komplette Ware. Ich bin eine Woche am Weißensee. Und am besten du schreibst mir noch bis morgen Mittag. Wenn du was haben möchtest. Ich kann das noch verpacken. Mein Mann bringt es am Montag auf die Post. Ansonsten müsstest du halt eine Woche warten, bis ich es dir verschicken kann. Und ja, das war's. Ich hoffe, es war was dabei. Es war heute auch viel Happy Size. Und ganz viele schöne Kleider waren dabei. Ich schwitsche und so. Ich habe das jetzt, es ist glaube ich 9 Uhr. Und ja, es wird wieder heftig heute. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich bin schon ganz gespannt, wie es am Weißensee ist. Wie es den Kindern gefällt. Und wir sehen uns bald. Ich freue mich. Pussi Baba.